Marco hat eigentlich Anglistik studiert. Seit knapp zwei Jahren unterrichtet er aber als Lehrer an der NMS 6 Wels Vogelweide. Den Quereinstieg ermöglicht hat ihm das Projekt Teach for Austria. Seit 2018 können sich auf diesem Weg in Oberösterreich Uni-Absolventen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zum Sonderlehrer auf Zeit ausbilden lassen. Mittlerweile praktizieren bereits 21 Fellows an elf Schulstandorten. Wir sind mit Teach for Austria als Bildungsdirektion sehr zufrieden. Es ist eine gute Ergänzung zu den hervorragenden Pädagoginnen und Pädagogen in Oberösterreich. Das zeigt aus meiner Sicht auch die Qualität des Oberösterreich-Schulwesens, dass die jungen Menschen, wenn sie beginnen, wenn sie die Fellows werden, vielleicht noch gar nicht so sehr vom Schulwesen überzeugt sind und dann, wenn sie in der Klasse sind, wenn sie mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten, sagen, das ist, da gehöre ich hin, das ist meine Berufung. Und dann auch zusätzliche Ausbildungen machen, um dauerhaft im Schulwesen zu arbeiten. Das wünsche ich ehrlicherweise Teach for Austria. Also die Ausbildung insgesamt dauert ein bisschen mehr als zwei Jahre, weil die Zeit, während die Fellows schon an der Schule stehen, ist natürlich auch noch immer Ausbildungszeit. Also das heißt, die sind in regelmäßiger Beobachtung und auch bekommen immer wieder Workshops, Fortbildungen etc. Die frischgebackenen Lehrkräfte kommen vor allem in städtischen Brennpunktschulen zum Einsatz und sollen dort Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien neue Perspektiven aufzeigen. Das sind vor allem einmal so die Emotionen, die man im Klassenzimmer merkt, auch wahrnimmt. Die Begeisterung und die große Energie, die die Schülerinnen und Schüler eigentlich haben, die überrascht mich jeden Tag aufs Neue. Ich bin ja auch Sportlehrer und das ist schon wirklich eine Freude, zu sehen, wie sich die Kinder begeistern lassen, wie sie auch manchmal beleidigt sind, wenn etwas nicht so gut hinhaut und wie sie sich dann aber eigentlich auch verbessern wollen. Begeisterte Fellow Teacher können außerdem in einem viersemestrigen Aufbaulehrgang berufsbegleitend die dienstrechtliche Gleichstellung von PH-Absolventen erreichen. Noch bis Mai 2020 können sich Interessierte für den nächsten Lehrgang anmelden. Mehr Infos zur Initiative sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.teach4austria.at